Du Schwa! Yo, was geht ab? Wieder eine neue Folge Minecraft mit LiveDarkTV Hallo, hallo, hallo So, wollten wir nicht... Was machst du? Wollten wir nicht runter? Ah ja, genau, wir wollten runter Ja Da war was, da war was Genau, dann folg mir mal Äh, ja Das ist, das geile ist, hier geht's ein wenig runter Ach doch, hier Ich hab hier schon was gefunden Hast du was gefunden, ja Ich hab Kohle, 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 Kohle Ich hab auch, äh, Notfall, eine Eisenstrecke mit Als, ja, man Ja, benutzt, er benutzt einfach schon das Eisen Oh, nein Ich hab Eisen gefunden, in der einen Kiste Ich hab vergessen zu erzählen Ja Ja, das hat sie wirklich vergessen Ähnlich, hier geht's nicht weiter runter Egal, wir haben erst mal Kohle Und Eisen Ah, ich seh ja nichts mehr, Alter Wie, 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 ging das grad Fick Weiche Beleuchtigung Oh Maximum Ah, Helligkeit Machen wir mal die Helligkeit auf hell Ja, ich, I'm, I'm follow you Ah, ah, follow Hallo I'm follow you Ein sehr schönes Bild zum Anfahren Einzelnenaufgang Wo bist du? Ich bin, wo bist du? Ach dann Ah, ah, I'm follow you Okay, ich quäle euch jetzt lieber mal nicht damit So, ob da braucht man nicht lang gehen, da waren wir schon Wollen wir wirklich alles Akazienhals mitnehmen? Wie Dir den Stuck mit Du willst einen Stuck mitnehmen? Ja Und ich weiß, dass es Stuck heißt Aber verurteile ich das Jetzt deswegen nicht okay Er ist anders Ja, ist so Sag mir die Stimme übrigens in meinem Kopf auch immer wieder Ich nehm auch übrigens einen Stuck mit Auch wenn ich mich immer mit Ungern zurück lasse, aber muss ich es tun Dann haben wir zwei Stuck Ach, tut mir leid Ey Entschuldigung, Entschuldigung Ja, das ist ja schön mit der Hör Nein Ja Ja Hast du Mario damit angefangen? Nein, das war es du Was? Ihr müsst verstehen, die Stimme, die ich gerade gemacht habe Die ist, sag ich jetzt mal, ein Insider zwischen mir und Marcel und noch einem Kumpel Dem Mario, von dem ich war Und noch einem Kumpel, von dem ich war der Täter Und ja, wir überlegen halt schon seit Ewigkeiten, wer damit angefangen hat Und ich bin da Und ich bin da fest überzeugt, dass es halt unser lieber Marcel ist Aber nein, er sagt das Ich war das nicht und doch Ich frage mal ganz kurz meinen werten Kollegen Thomas, der hat mir den Weg nicht gemacht Was ist das? Mario? Ja Überhaupt nicht Jetzt ein Löffel zu mir Nein Nein Also wir sind 2 gegen 2 Also, wer ist denn ein Mario? Und der, 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 der Habe ich ein Stack Oh, das war die falsche Tasse Oh, mein Spiel leckt gerade mega rum beim Rendern Oh Vergiss, was ich sagen wollte Ich habe vergessen, wo ist er fahren zu wollen Vergiss, er fahren zu rennen Sag mal, wo laufen wir hin? Es tut mir auf jeden Fall sehr leid Ach, jetzt geht's wieder Ja, ich sag mal, jetzt noch ein Stack Akazienholz Und dann dachte ich, dass wir dann wieder Jetzt habe ich ein Stack Akazienholz Was ging jetzt ab, Alter? Oh Nein, 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 nein Okay Alles cool So, Handy wird da gefallen So Wo bist du und wo wollen wir hin? Weiß ich nicht Wo bist du überhaupt? Weiß ich nicht, ich habe gerade irgendwie Blackstreet Scheiße Nein Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt noch weiterläuft Ja, das ist durchgeschafft Das ist durchgeschafft Ich bin der Fallbild wieder raus Versuch mal mit Alt und Top Bullator Nee Nee Gut, ich lauf einfach weiter Aber wenn du mich nicht findest, dann sag's Bescheid Vielleicht ja, und dann teleportiert dich zu mir. Äh, mal ganz kurz ruhig, mach ich einen Cut. Du machst einen Cut? Ja. Äh... Wo war das? Höhle. Hä? Ähm, nee. Wir haben hier hinten, oder? Warte, ich teleportier dich zu mir. Wo bist du? Warte, ich habe eine Höhle gefunden. Ja. Dort. So, ich habe ihn jetzt teleportiert, weil wir gerade Schwierigkeiten hatten, und ja. Guck mal, da ist ein Teil der Höhle. Ja. Ja, sofort. Irgendwas. Überhaupt nicht klar. Ja. Äh. Äh. Wie heute ist das. Wie heute ist das? Ja. Ich werde jetzt natürlich hier mit euch zu einer Höhle gehen, weil ich habe eine gefunden. Er ist natürlich in der nächsten Folge wieder vorbei, äh, wieder mit dabei. Wo ist die Höhle? Wo ist die Höhle? Ich finde die Höhle nicht. Es tut mir sehr leid, dass es lag, ob es, wie ich eben gerade schon mal gesagt, ähm, dann rennen sie an. Oh, hier ist die Höhle. Glaub ich. Oder? Nein. Ich finde die Höhle nicht mehr. Ist die Höhle da? Ist die Höhle hier? Hier ist sie. Gut, ich gehe hier mal runter. Ja, wie gesagt. Er ist in der nächsten Folge wieder da. Und mach dann natürlich auch wieder mit. Ist ja logisch. Ähm. Ja. Es könnte durchaus auch mal passieren, dass ich eine Folge komplett hier, aber alleine auf der, ähm, also ein paar Folge komplett alleine hier drauf mache. Das hängt einfach dann damit zusammen, dass wir keinen Punkt gefunden haben, wo wir uns zusammen treffen können. Aber er hat trotzdem Videos rausgehauen werden müssen. Ja, auf jeden Fall. Er ist dem Spiel schon mal wieder beigetreten. Das ist ja schon mal sehr gut. Ein Haufen Kohle. Da fällt mir nur wieder ein. Kohle, 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 Kohle. Das ist ja fast mehr Kohle hier als ich jemals im Leben schon mal gesehen habe. Das ist ja schlimme Sache. So, ja, ähm, wenn euch diese 10 Minuten Folgen besser gefallen, also mir persönlich gefallen sie jetzt momentan erst einmal besser, ähm, dann machen wir die weiter. Es ist ab und zu kommen auch einmal ein paar etwas längere Folgen, denn, ja, momentan, wie das auch schon Marcel gesagt hat, ist das mit der Internetleitung nicht gerade so das Einfachste. Und da gibt es ein paar Problems bei uns und so. Warum gibt es Kohle eigentlich so oft? Das ist ja richtig schlimm. Könnten wir ja mal in die Garmentare schreiben, was das höchste war, was ihr so an einmal Kohle gesehen bekommen habt. Also, so wie ich jetzt hier. Oh mein Gott, Eisen. Und da geht auch schon mein Timer los. Gut, ich baue das hier noch ab, bevor ich aufhöre. Geil. Ich verabschiede mich aber nebenbei auf jeden Fall schon mal recht herzlich von euch. Das ihr mir zugeschaut habt und Ähnliches. Ja, wir sehen uns mit dem lieben Marcel in der nächsten Folge. Tschüssikowski. Und bis dahin würde ich sagen, ein herrliches Selfie. Oh mein Gott, ein Schwein. Das muss auch mit auf das Selfie. Ein Schweinearsch. Selfie-Time mit einem Schwein. Schwein drehe dich nochmal um. Dann haben wir Selfie-Time mit einem Schwein. So, das ist sehr gut. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüssikowski. Ich habe euch heute gefallen. Lasst mir ein Abo da und ein Geil. Gefällt mir und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüssikowski. Tschüssikowski. Jiu-Geran. Tschüssdi. Vielen Dank.